Ihr siehst wieder soweit, heute werden die Gewinnzahlen für die Euro-Jackpot-Ziehung am Freitag 02.2021 gezogen. 21 Millionen Euro warten im Jackpot. Am Freitag 19. Februar 2021 findet wieder die aktuelle Ziehung der Gewinnzahlen im Euro-Jack zu Gewinn. IBT ist diesmal ganze 21 Millionen Euro. Die Teilnahme beim Euro-Jackpot ist in insgesamt 18 Ölstaaten mögt Kassel endlich keine Geldsäuben mehr. Dieser Traum könnte schon heute eine Erfüllung gehen. Bei der Euro-Jackpot-Ziehung am Freitag 19.02.2021 haben Spielteilnehmer die Chance auf einen satten Millionen Gewinn. Dieses Mal haben sie die Chance auf 21 Millionen. Die Ziehung des Euro-Jackpots findet jeden Freitag gegen 20 Uhr im finnischen Helsinki statt und wird nicht live übertragen. Hier finden sie im Anschluss die richtigen Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung vom Freitag 19.2021. Euro-Jackpot am Freitag 19. Februar 2021. Millionen Euro im Jackpot. Die aktuellen Gewinnzahlen von heute bei der vergangenen Euro-Jackpot-Ziehung konnte der Jackpot nicht geknackt werden. Weshalb aber jeder Ziehung heute auf reine beachtliche Summe wird. Doch wie funktioniert die Teilnahme? Spiele raus. Ganz Europa haben die Chance den Millionen schweren Gewinn. Dafür müssen sie 5 aus 50 zahlen sowie 2 Euro zahlen korrekt ankreuzen. Jeder Tipp kostet 2 Euro zuzüglich einer Bearbeit. Der Spielschein kann dann in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben werden. Aber auch online können Euro-Jackpot-Spieler ihren Schein ausfüllen. Der offizielle Annahmeschluss ist bis freitags 19 Uhr. Plus die Euro-Jackpot-Ziehung am Freitag 9.02.2021 steht an es liegen 21 Millionen Euro im Jackpot. Hier finden sie heute die aktuellen Gewinnzahlen. Symbolbild. Copyright Symbol. Patrick Säger-Depot Euro-Jackpot-Ziehung am Freitag 19. Februar 2021. Teilnahme 1.18 Uhr-Staaten möglich im Gegensatz zu anderen Lotto spielen können in der Euro-Jackpot-Lotterie nicht nur Tippe aus Deutschland teilnehmen, sondern Menschen aus insgesamt 18 verschiedenen Staaten der Euro-Jackpot-Ziehung. Darunter neben Deutschland unter anderem auch Island, Dänemark, Island, Finnland und Italien. Euro-Jackpot-Ziehung jeden Freitagabend gegen 20 Uhr. Erste Ziehung 23.03.2012 doch aufgepasst. Die Chance in der Gewinnklasse 1 den Jackpot abzuräumen liegt bei 1.96 Glücksspiel. Kann süchtig machen. Betroffene erhalten Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Spielteilnahme ist der Stab 18 Jahren erlaubt. Caroline Schäfer, Na.D ist Teil des bundesweit Nippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. Rubrik Listenbild. Copyright Symbol. Patrick Säger-Deutsche Prä... ... 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